Welche Überlegungen haben Sie in den letzten sechs Monaten angestellt, um sich besondere persönliche, berufliche oder geschäftliche Ziele zu setzen? Und wenn Sie sich Ziele gesetzt haben, welchen Zeitplan haben Sie, um Ihre Ziele zu erreichen? Es gibt viele Gründe, warum ungefähr 90 Prozent der Menschen und Unternehmen ihre Ziele nicht erreichen. Ein wichtiger Grund ist, dass vielen ein Kompass fehlt. Eine für Sie passende Strategie, die sicherstellt, dass wir unser Ziel auch erreichen können. Gerade wenn es darum geht, das Leben und die Karriere nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Manche haben zwar eine Strategie, fühlen sich aber frustriert und unzufrieden oder glauben, nicht mehr die Ergebnisse zu erzielen, die sie sich von ihrer Arbeit oder von ihrem Leben erhofft haben. Und dann ist es an der Zeit, Ihren bisherigen Weg, Ihre bisherige Strategie zu überprüfen. Deshalb werde ich Ihnen in diesem Video einen Weg vorstellen, wie Sie mit einer strategischen Planung Ihr Leben und Ihre Karriere optimal gestalten können. Es geht darum, Ihre eigene Lebensvision zu entwerfen und Ihre eigentliche Mission zu entdecken, um später Ihre Berufung zu entfalten und Ihre besonderen Fähigkeiten zu entwickeln. Sie können damit viel mehr erreichen, als Sie sich jetzt jemals vorgestellt haben. Mein Name ist Christian Zielke. Früher war ich einmal Hauptschüler, heute bin ich Professor. Ich weiß, wie man Ziele erreicht und ich helfe Menschen und Unternehmen, ihre Ziele zu erreichen im Bereich Management, Vertrieb und Kommunikation, durch Impulsvorträge, durch Beratungen und durch Seminare. Nach dem Motto, was ist Ihr Ziel? Einfach schneller zum Ziel mit Zielke. Wie gelingt es Ihnen denn nun, mit der richtigen strategischen Planung Ihre Lebensziele zu erreichen? Hier ein kurzer Mitschnitt aus einem unserer besonderen Mastermind-Programme, mit denen wir Selbstständigen, Führungskräften und Unternehmen helfen, Ihre Ziele einfach schneller zu erreichen. Und damit Sie sich jetzt besser auf den Inhalt konzentrieren können, blende ich mich jetzt hier ganz kurz aus. Ihr Erfolg im Leben wird zum großen Teil von Ihrer Fähigkeit bestimmt, zu denken, zu planen, zu entscheiden und zu handeln. Je stärker Ihre Fähigkeiten in jedem dieser Bereiche sind, desto schneller werden Sie Ihre Ziele erreichen und desto zufriedener werden Sie mit Ihrem Leben und Ihrer Karriere sein. Die persönliche strategische Planung ist das Werkzeug, das Sie von überall dorthin bringt, wo Sie sind und wohin Sie gehen wollen. Der Unterschied zwischen Menschen, die die persönliche strategische Planung nutzen, um Ihr Leben zu organisieren und zu lenken, und denen, die das nicht tun, ist wie der Unterschied zwischen zu Fuß gehen und mit einer Rakete fliegen. Beides bringt Sie von Punkt A zu Punkt B. Aber die Rakete, die persönliche strategische Planung, bringt Sie viel schneller und ohne häufige Zwischenstops dorthin. Strategisch planen Die Fähigkeit zur persönlichen strategischen Planung ist nicht etwas, mit der man geboren wird, wie eine Augenfarbe oder wie ein perfektes Gehör. Es ist eine systematische Art des Denkens und des Handelns und daher etwas, das Sie lernen können, wie Fahrrad fahren oder Reifen wechseln. Wenn Sie es sich einmal zur Gewohnheit gemacht haben, strategisch richtig zu planen, dann können Sie außergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Ihr Leben und Ihre Karriere werden in Schwung kommen und Sie können damit viel mehr erreichen, als Sie es sich jemals vorgestellt haben. Warum ist strategische Planung und strategisches Denken so hilfreich? Die Antwort ist einfach. Es erspart Ihnen enorm viel Zeit und Geld. Zeit und Geld sparen Wenn Sie wichtige strategische Fragen und Konzepte für Ihre Karriere oder für Ihr Unternehmen überprüfen und analysieren, dann konzentrieren Sie sich auf die kritischen Aufgaben, die zur Erreichung Ihrer Ziele notwendig sind. Gleichzeitig hören Sie auf, die Dinge zu tun, die Sie am Erfolg hindern. Sie tun mehr von den richtigen Dingen und wenige Dinge, die Sie aus der Bahn werfen. Sie setzen Leistungsziele für Menschen und Projekte. Sie werden geübt im Messen und Verfolgen von Ergebnissen. Sie bewegen sich sowohl in der Arbeit als auch im Leben auf einer sicheren Spur, Ihre Ziele schneller zu erreichen. Deshalb lernen Sie von den Unternehmen. Bessere Ergebnisse erzielen Unternehmen machen strategische Planungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie Ihre Mitarbeiter und Ressourcen effektiv einsetzen. Eine effektive Planung ermöglicht es Ihnen, bessere Ergebnisse zu erzielen und Vorteile gegenüber Ihren Wettbewerbern zu erlangen. Sie erzielen einen höheren Umsatz, einen höheren Marktanteil, eine bessere Rentabilität, höhere Erträge aus investiertem Vermögen und eine insgesamt stärkere Position auf dem Markt. Leben und Karriere gestalten Gestalten Sie Ihr Leben und Ihre Karriere Ihre Ziele in der persönlichen strategischen Planung sind ähnlich. Ihr persönliches Eigenkapital besteht aus den physischen, emotionalen und mentalen Energien, die Sie in Ihre Karriere investieren können. Setzen Sie sich das Ziel, die höchstmögliche Rendite aus der Investition Ihrer Energien zu erzielen. Sie werden Ihr Einkommen und Ihre Gesamtzufriedenheit dadurch bestimmen, wie gut Sie in sich selbst investieren. Dies ist der kritische Punkt der persönlichen Planung. Wenn Sie sich frustriert oder unzufrieden fühlen oder glauben, nicht mehr die Art von Ergebnissen zu erzielen, die Sie sich von Ihrer Arbeit oder Ihrem Leben erhoffen, dann ist es Zeit, Ihren strategischen Plan zu überprüfen. Jetzt ist es an der Zeit, sich hinzusetzen und sich einige gute und kluge Fragen zu stellen. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Strategie zu überprüfen und zu revidieren. Stellen Sie sich diese kritischen Fragen. Was ist es, was ich besonders gut mache? Untersuchen Sie die Bereiche, in denen Sie überragend oder deutlich besser sind als alle andere, in Ihrem Fachgebiet. Sie müssen wissen, was Sie als Ihren persönlichen Wettbewerbsvorteil geltend machen können. Das ist der Lebensnerv der persönlichen strategischen Planung. Die Antwort auf diese Frage wird Ihnen einen klaren Fokus in Ihrer Arbeits- und Lebensplanung geben. Ihr Erfolg hängt direkt damit zusammen, wie hervorragend Sie im wichtigsten Teil Ihrer Arbeit werden. Von allen Verantwortlichkeiten, die Sie im Leben übernehmen müssen, ist dies eine der wichtigsten. Den Bereich der Kernkompetenzen zu identifizieren, der sich am positivsten auf Ihre Karriere und Ihr Einkommen auswirken kann. Sobald Sie wissen, was das ist, setzen Sie all Ihre Energien ein, um das Beste zu werden, was Sie in diesem Bereich sein können. Spitzenunternehmen projizieren drei bis fünf Jahre nach vorne in die Zukunft und identifizieren dann die Kernkompetenzen, die Sie zu diesem Zeitpunkt benötigen, um Ihre Branche zu dominieren. Sie setzen dann heute einen Entwicklungsplan um, um sicherzustellen, dass diese Kernkompetenzen vorhanden sind, wenn die Zukunft kommt. Folgen Sie dieser Strategie in Ihrer persönlichen Planung. Strategisch denken Wissen Sie, welche Kernkompetenzen Sie benötigen werden, um in drei bis fünf Jahren an der Spitze Ihres Fachgebiets zu stehen? Über welche Schlüsselkompetenzen werden Sie verfügen müssen? Wissen Sie, wie sich diese von den Schlüsselkompetenzen unterscheiden, die Sie heute einsetzen? Wie können Sie damit beginnen, diese neuen Fähigkeiten zu entwickeln? Beginnen Sie heute mit der Entwicklung eines Planes zum Erwerb und zur Beherrschung der zusätzlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Sie benötigen, um zu den Besten in Ihrem Fachgebiet zu gehören. Arbeiten Sie dann jeden Tag an diesem Plan. Karriereziele erreichen Vor einigen Jahren hatte ich eine Coachingkundin, die rasch auf der Karriereleiter der Führungskräfte aufstieg. Sie hatte dies trotz einer fast lähmenden Schüchternheit geschafft, die sie aus dem Rampenlicht verschwinden ließ. Sie erkannte, dass sie, um ihr Ziel zu erreichen, Vizepräsidentin ihres Unternehmens zu werden, aus ihrem Schneckenhaus auftauchen und ihre Fähigkeiten entwickeln musste, effektive Präsentationen zu halten. Sie schloss sich einer unserer Mastermind-Gruppen an und arbeitete eifrig daran, erst eine angemessene, dann eine kompetente und schließlich eine hochqualifizierte Rednerin zu werden. Heute hat sie ihr ursprüngliches Ziel übertroffen und ist nun Vizepräsidentin. Auch Sie können Ihre Ziele erreichen. Acht wesentliche Fragen Hier sind acht wesentliche Fragen für Ihre persönliche strategische Planung. Die Antworten bringen Ihnen Klarheit in Ihrer Suche nach Ihrem idealen Unternehmen und einer idealen Karriere. Erstens, Werte. Welche Werte, Tugenden, Qualitäten und Eigenschaften haben in Ihrem Unternehmen und in Ihrer Karriere die größte Bedeutung? Zweitens, die Vision. Stellen Sie sich Ihr Leben in fünf Jahren vor. Wenn Ihre Karriere oder Ihr Unternehmen perfekt wäre, wie würde sie aussehen? Drittens, Ihr Auftrag. Auf der Grundlage Ihrer Werte, wie genau erreichen Sie Ihre Vision? Wie lautet Ihr gesellschaftlicher Auftrag? Ihre Berufung Eine Eigenschaft, die allen wirklichen erfolgreichen Führungskräften und Unternehmern gemeinsam ist, ist der Besitz eines ehrgeizigen Ziels. Des echten Wunsches, anderen durch Ihre Arbeit oder Ihr Geschäft zu dienen. Was ist der Sinn und Zweck Ihrer Karriere oder Ihres Unternehmens? Wie lautet Ihre Berufung? Fünftens, Ihre Lebensziele. Welche konkreten Ziele müssen Sie erreichen, um Ihre ideale Zukunftsvision für Ihre Karriere oder Ihr Unternehmen zu erfüllen? Sechstens, Ihre Kenntnisse und Fertigkeiten. In welchen Bereichen müssen Sie sich auszeichnen, um Ihre Ziele zu erreichen und um Ihre Vision zu erfüllen? Welche spezifischen Denk- und Handlungsgewohnheiten werden Sie benötigen? Um die Person zu werden, um die Person zu werden, die in der Lage ist, die Ziele zu erreichen, die Sie sich selbst gesetzt haben? Und achtens, Ihre täglichen Aktivitäten. Welche sind die speziellen täglichen Aktivitäten, die Sie unternehmen müssen, um sicherzustellen, dass Sie die Person werden, die Sie werden wollen? Wir werden uns nun in Kleingruppen aufteilen, um auf diese Fragen die für Sie passenden Antworten zu finden. Und zwar abgestimmt auf Ihre Person, auf Ihr Unternehmen und auf Ihre Lebensziele. Tja, wie können wir denn nun das Gehörte am besten in Ihrem Alltag umsetzen? Hierzu zwei Tipps. Dies war ja nur ein kurzer Ausschnitt aus einem unserer besonderen Mastermind-Programmen. Hier helfen wir Selbstständigen, Führungskräften und Unternehmen, Ihre Ziele einfach besser und schneller zu erreichen durch besondere Impulsvorträge, gemeinsamen Erfahrungsaustausch, gezielte Trainingsprogramme und aufeinander aufbauende Coaching-Einheiten. Falls auch Sie sich dafür bewerben möchten, finden Sie weitere Infos unter dem Video. Und nun zu den beiden Tipps. Erstens, Ihr wichtigstes Ziel. Welches Ziel, wenn Sie es erreicht haben, würde Ihnen bei der Verwirklichung Ihrer idealen Karriere oder Ihrer idealen Geschäftsvision am meisten helfen? Schreiben Sie dieses Ziel auf und konzentrieren Sie sich darauf. Zweiter Tipp. Maßnahmen ergreifen. Was werden Sie tun, um die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen? Welche Maßnahmen werden Sie sofort ergreifen, damit Sie weiterhin erfolgreich bleiben? Strategisch und methodisch richtig planen bedeutet, dem Glück gezielt auf die Beine zu helfen. Doch was nützt es Ihnen, strategisch zu planen, wenn Sie sich in einem falschen Umfeld befinden, das Sie nicht fördert, sondern behindert, Ihre Ziele zu erreichen? Ein Umfeld, das Sie davon abhält, der zu sein, der Sie eigentlich sein möchten und das zu tun, was Sie eigentlich tun wollen. Es geht darum, ein Umfeld zu finden, das Sie optimal unterstützt, das für Sie optimal geeignet ist. Ein Umfeld, das Sie fördert, bei dem Sie sich wohlfühlen und das Ihnen hilft, Ihre Lebensziele zu verwirklichen. Darum geht es in dem nächsten Video. Und falls Sie sich jetzt schon gerne mit Gleichgesinnten zu Themen austauschen möchten, die Ihnen wichtig sind, dann lade ich Sie gerne zu unserem Online-Kamingespräch ein, dem Sunday Talk, jeden ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr mit der anschließenden Stunde der Zuversicht. Hier treffen sich Menschen, die für ihre Anliegen gute Lösungen suchen mit Experten, die ehrenamtlich ihre Erfahrungen teilen, um gemeinsam die Herausforderung unserer Zeit zu meistern. Falls dies für Sie von Interesse sein sollte, dann finden Sie weitere Infos unter dem Video. Und wenn Sie sich interessieren für einen guten Vortrag, für eine gute Beratung, für ein gutes Training oder für eine gute unternehmensinterne Ausbildung, Tja, meine Kontaktdaten sind ebenfalls unter dem Video. Was ist Ihr Ziel? Einfach schneller zum Ziel mit Zielke. Wir sehen uns am Sonntag an der gleichen Stelle, wenn Sie möchten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.